Das wollte ich mir mit euch geben, der Christensen Highlights, können wir gerne danach gucken. Der heißt auch Thiele, macht einen Kanal, da haben wir uns irgendwas schon mal von dem angeguckt, er ist auch Schalke-Fan, Kick-Off hat er einen Kanal, der redet immer mit seiner Reporter-Stimme und von dem geben wir uns jetzt mal Bundesliga-Prognose, wer holt sich die Meisterschaft, wer steigt ab, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie der über Hertha redet. Ich habe es noch nicht gesehen, auch wenn da rot durchgelaufen stand, ich habe es nicht gesehen, manchmal ist es halt so, dass man nachts Videos laufen lässt zum Einpennen und dann kommen irgendwelche anderen Videos, aber ich habe es wirklich noch nicht gesehen. Dann lasst uns mal gucken, was ein Schalke-Fan so prognostiziert für die Bundesliga, wo Schalke ja gar nicht mehr drin ist. Kleiner Front an der Stelle. Der hat auf jeden Fall, wir haben es schon mal ein paar Videos von dem gesehen, der hat so eine richtige Radiomoderatoren-Stimme, aber das ist nicht der Manu Thiele, der mit den vielen Followern... Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen... Like natürlich erstmal dalassen, ist ja völlig klar. So, schauen wir mal. Wir sind hier auf Kick-Off zu einem neuen Video und heute mit der Bundesliga-Prognose und zwar mit einem Update nach dem Rückruppenstart. Ich habe ja vor dem Saisonstart die Tabelle schon getippt, natürlich auch zusammen mit dem YouTuber Manu Thiele. Manu Thiele war am Freitag 24 Stunden online, also wenn wir 200.000 Leute auf YouTube knacken und auf Twitch, dann mache ich das auch, das kann ich dir versprechen. Und die Pöhlers, mein Tipp seht ihr ganz links, dann zentral die Realität, wie aktuell die Tabelle in dem 20. Spieltag ausschaut. Was hat denn der am Anfang getippt? Hertha auf Platz 10, stabiler Platz 10, okay. Platz 10 ist okay, oder? Tatsächlich sind wir auf Platz 13. Union hat er schlechter getippt als Hertha, sympathischer Mann, hat aber leider kein Recht. Alter, Stefan, haust du ab oder was? Vielen Dank für 700 Bits. Wahnsinn, vielen Dank für deinen Support, da stoße ich doch gerne nochmal mit einer alkoholfreien Cola Zero auf dich an. Ein Toast auf dich, Stefan, vielen, vielen Dank für deinen Support. Ein Toast auf dich, jetzt wärst du ein Sandwich-Maker. Und nun gibt es heute nochmal ein kleines Update von mir, sprich, wie ich Stand jetzt die Rückrunde einschätzen würde, wie Stand jetzt die Bundesliga nach dem 34. Spieltag ausschaut. Ich gebe somit ab, wer auf Platz 1 bis 18 dann wird, wer wird Meister, wer kommt in die Champions League. Da hast du recht, Ali. Wer steigt aber eben auch ab? Und da hat sich keiner Spoiler bei mir auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Also, seid gerne mit dabei, schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare und wir beginnen nun mit Platz 1. Denn ich habe mir gedacht, der Abstiegskampf ist dann doch nochmal ein bisschen verrückter und spannender als das Rennen um die deutsche Meisterschaft. Und somit beginnen wir heute mal ganz oben und enden erst ganz unten. Und somit machen wir vielleicht das Langweiligste für einige. Ey, ich bin echt gespannt, wie der uns jetzt tippt. Aber vor allen Dingen auch das Logischste zuerst, denn auch in diesem Jahr wird der FC Bayern München deutscher Meister. Tja, Basti, da kannst du dich aufregen, aber das glaube ich auch. Ford, der ist auch getippt, das wirkt auch schon sehr realistisch und so wird es auch. Gehe ich mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB da nochmal wirklich rankommen wird. Alle anderen erst recht nicht. Sechs Punkte sind zwar nur dazwischen, könnte man sagen, aber dafür patzt einfach auch die Konkurrenz zu viel. Achso, ich muss wieder hier, sonst sieht man das wieder nicht, ich muss es wieder klein machen. Seht ihr so alles, wenn ich so mache? Das ist ein relativ großer Fußball-YouTuber, der ist Schalke-Fan, aber der macht eigentlich immer, ich glaube der hat mehrere Kanäle, Kick-Off heißt der Kanal. Der macht immer so, ja, über generell Bundesliga-Themen halt Videos. Ist immer noch zu... So, jetzt müsstet ihr eigentlich alles sehen. Aber das ist aber auch keine große Überraschung. Vor der Saison war für mich die große Frage, eigentlich nicht, wer Zweiter wird. Wobei, ich habe gesagt, Leipzig oder Dortmund wird Zweiter. Ich habe mich dann für Leipzig entschieden, weil ich den Kader in der Breite viel, viel besser... Hätte ich vor der Saison auch gedacht. Also Leipzig für mich eigentlich den besten Kader, seit sie Bundesliga spielen. Und ich dachte auch mit Jesse Marsch, den richtig geilen Trainer, aber hat halt irgendwie gar nicht gematcht. Alter, da ist wieder Kaminski, der alte Edelmann, Alter, der pflegt hier wieder unsere Community, damit noch mehr Leute von dem Felizio-Fieber infiziert werden. Alter Kaminski, du bist echt immer ein wahnsinnig guter Sub-Gifter hier, Alter. Danke für fünf Sub-Gifts mal wieder von Kaminski, der die Bombe hier zündet, an Kevin Can, Trash-Iso-Oaf, Mokya-Valley, Smoky-On-Da-Beat und Milo mit dem Bombkopf. Geile Namen. Alter, vielen, vielen Dank, mein lieber Kaminski. Ein Toast geht raus an dich, du geile Sau. Aber gut, da läuft er nicht so wirklich rund. Deswegen bleibe ich auch dabei, oder was heißt bleibe ich dabei, deswegen ändere ich da meine Meinung. Denn der BVB wird viel zu meistern und nicht RB Leipzig oder wer anderes. Dortmund spielt... Oder Kevin Kahn, wie man ja auch Emre Kahn, den Cousin von Oliver Kahn immer nennt. Von den Wackelkandidaten von Platz zwei bis sieben, wo es halt gefühlt jede Woche Plätze gibt, die vertauscht werden, noch am halbwegs souveränsten, wenn man das so sagen möchte. Zumindest holt der BVB die Punkte, um aktuell Zweiter zu sein und ich glaube, daran will sich nicht viel ändern. Ich könnte mir auch vorstellen, Leverkusen ist so schwankend. Ich könnte mir fast schon vorstellen, dass Leverkusen nochmal richtig kommt, aber mal schauen. Es ist ja auch im Endeffekt egal, ob du jetzt Zweiter oder Dritter bist. Und auf Rang zwei. Platz drei bleibt auch so, wie es aktuell ist nach dem 20. Spieltag. Und zwar für Bayer Leverkusen. Somit ändere ich auch da im Vergleich zur Realitätstand jetzt nichts. Leverkusen, Dritter, gefällt mir fußballerisch mit am besten. Finde ich auch, wenn die mal abgehen, spielen die auf jeden Fall einen geileren Schuh als Dortmund unter Marco Hose. Aber die sind halt geisteskrank schwankend in ihren Leistungen. Aber das war ja in den letzten Jahren eigentlich immer so, auch als Roger Schmidt da war, wo sie ja relativ erfolgreich waren, mal so mal, mal hü, mal hot. Wenn man jetzt mal auf die erste Tabellenhälfte schaut und das Seohane super begonnen, dann so einen kleinen Hänger gehabt. Jetzt wieder wirklich punktemäßig sehr gut mit dabei. Ich habe sie vor, sie ist auch auf Platz vier getippt. Jetzt würde ich sie sogar auf Platz drei setzen. Und auf Platz vier, auch wenn ich es nicht so gerne mache, würde Stand jetzt gefühlsmäßig RB Leipzig landen. Der hat richtigen RB Leipzig-Hate, ne? ... oder auch den SC Freiburg von Herzen gönnen. AG1 von Athletic Greens. Übernimm Kontrolle über deine Gesundheit. Nö, danke. Aber ich bin mir nicht so sicher bei RB Leipzig, muss ich ehrlich sagen. Klar, die haben jetzt mal ein paar Punkte, Trainer-Effekt und so weiter geholt. Sind auch ein cooles Team. Vor allem ist halt einfach ein Kunku geisteskrank drauf und auch ein geisteskranker Spieler. Ja, ich bin mir aber nicht so sicher. Ich finde diesen Domenico Tedesco, das ist nicht so ein krasser Trainer. Also ich könnte mir vorstellen, dass die am Ende auch nochmal einbrechen. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich Vierter werden. Aber schauen wir mal. Tedesco stabilisiert, fußballerisch ein bisschen besser geworden als unter Marc. Ich sage euch ehrlich, ich habe gar nicht so einen krassen RB-Hate, weil die für uns erstens gar keine Konkurrenz sind, weil wir gar nicht um sowas spielen. Und die für mich einfach irrelevant sind. Das ist so für mich wie Hoffenheim und Wolfsburg. Die jucken mich einfach null. Das sind für mich keine Fußballclubs. Die kann ich nicht mal hassen. Die sind für mich einfach nur irrelevant. Es ist mir einfach egal. Nicht überragend. Also so richtig schön finde ich das immer noch nicht. Aber sie gewinnen halt. Sie holen die Punkte. Und das ist das, was zählt, um die Champions League zu erreichen. Und die Champions League ist ja auch nicht weit weg. Man ist gerade Sechster, Platz vier. Also für die Fünfjahreswertung wäre es wahrscheinlich sogar am besten, wenn RB Leipzig in die Champions League kommt. Aber ich bin mir nicht sicher. Oder könnte man am nächsten Mal? TSG-Ali. Mittag sehe ich schon Krallen. Sorry, mich interessiert Eintracht Frankfurt mehr als TSG Hoffenheim, Digga. Deswegen glaube ich auch, dass sich da einfach diese individuelle Qualität durchsetzen wird. Und leider Union Berlin oder auch den SC Freiburg von Platz vier verdrängt. Generell war ja bei mir, wer es noch weiß, bei meiner Bundesliga-Prognose im Sommer im Bundesliga-Check, Platz vier, so dieser Tabellenplatz, wo einige Teams in Frage kamen. Ich habe damals gesagt, Leverkusen, Gladbach, Frankfurt oder auch Hoffenheim sehe ich da. Weil mir einfach auch die TSG Hoffnung gemacht hat, dass sie ihren guten Kader nutzen werden. Aber ich bleibe hier bei RB Leipzig. Und deswegen kommen wir auf Platz fünf zu Union Berlin. Und da muss ich natürlich meine Meinung aus dem Sommer extrem... Glaube ich nicht, dass sie Platz fünf schaffen. Ich weiß, dieser Michel wird jetzt wieder funktionieren. Aber die haben jetzt mit Marvin, Friedrich und Kruse natürlich schon zwei absolute Leistungsträger verloren. Ich weiß, es kommt bei denen eher aufs Spielsystem an und nicht so auf Einzelspieler. Dafür haben sie Dominik Heinz und Michel, zwei gute Ersatzleute. Aber ich glaube trotzdem nicht. Die haben auch, das darf man nicht vergessen, die haben eine super Organisationsspielengut. Aber die hatten auch wirklich, wirklich immer das entscheidende Spielglück in den letzten Monaten. Immer, egal wo. Die hatten immer das, was wir dann entscheidend auch immer als Pech haben, hatten die häufig auch als Glück. Also ich glaube, könnte mir schon vorstellen, dass sie wieder in die Conference League kommen. Vielleicht auch Europa League, aber wenn dann Platz sechs oder Platz... Nee, ich glaube eher Platz... Also ich tippe Platz sechs oder Platz sieben. Und das ist schon gut. Edien, da lag ich wirklich komplett falsch. Während sich jetzt bei mir zwischen Tipp und Tipp... Aber ich habe Union die ganze Zeit schon schlechter gesehen. Also vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung. Emilio, nee, das sehe ich gar nicht so, dass Union absteigen soll. Weil ich finde es ja geil, diese Derbys zu haben. Also ich finde es schon geil, die in der Bundesliga zu haben. Das macht mir Spaß. Ich will ja auch... Im Endeffekt jetzt habe ich gelacht letztes Jahr darüber, dass Schalke abgestiegen ist. Aber ich will auch wieder so eine Klubs wie HSV, Schalke und Bremen in der Bundesliga haben. Weil mich diese Spiele, wieder nicht böse gemeint, aber Gräuter Fürth gegen Augsburg interessieren mich einfach nicht. Oder, keine Ahnung, Mainz gegen Bochum. Es juckt mich einfach nicht. Ja, also ich weiß, Hertha gegen Gräuter Fürth wird auch keinen außer Hertha und Fürth-Fans jucken. Aber da habe ich lieber wirklich Traditionsklubs drin. Also ich gucke mir lieber Bremen gegen Schalke an, muss ich dir ehrlich sagen. Wenn der Saisonstart und der Rückrunde auf den ersten vier Plätzen nur die Reihenfolge ändert, hole ich Union Berlin von Platz 14 auf Platz 5. Ich habe tatsächlich gedacht, dass die Transfers im letzten Sommer etwas zu viel Massestadtklasse waren. Das fand ich im Jahr davor noch mit Kruse, Knoche und Co. etwas besser gelungen. Aber auch in diesem Jahr gelingt es, Union Berlin bis jetzt sogar nochmal erfolgreicher zu sein. Natürlich haben sie Max Kruse verloren, aber trotzdem noch für eine stolze Ablösesumme. Ich hätte es genauso gemacht aus Unioners Sicht, weil im Sommer wäre er eh weg gewesen. Sven Michel dazugeholt, anderer Spielertyp. Ey Kaminski, du alter Sub-Gift-König, hast du selber gar keinen Sub? Du schenkst dir allen Subs und hast selber keinen, das ist ja noch ehrenhafter. Du bist wie Mutter Teresa, bloß bei uns im Chat. Danke du alter Edelmann. Den Passt halt glaube ich wirklich gut da rein und deswegen bin ich überzeugt davon, dass Union eine gute Rückrunde spielen wird. Also das muss ich auch sagen, Joschi, ich würde es nicht ertragen. Ich weiß, andere Leute sagen, warum gönnst du den denn nicht? Ich würde es einfach nicht ertragen, wenn Union in unserem Stadion den DFB-Pokal gewinnt. Dann muss ich mich glaube ich eine Woche von YouTube und Twitch abmelden mindestens. Ich halte das wirklich nicht aus. Aber leider knapp an der Champions League scheitert. Knapp an der Champions League wird auch der SC Freiburg scheitern. Ach ja stimmt, du hast ja sechs Monate im Voraus gesuppt. Stimmt, komisch dass es nicht angezeigt wird. Du alter Edelmann. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber es wird europäisch. Letzte Saison ist man ja knapp an Platz sieben. Musst du aktualisieren, dann wird es wieder angezeigt. Ich glaube, die Champions League gescheitert. Diese Saison war man lange Zeit auf einem Champions League Platz. Hat dann so vor der Winterpause einige Punkte liegen lassen. Hatten auch einen kleinen Hänger. Man hat sich so langsam wieder etwas gefangen. Und deswegen glaube ich auch, dass man im Kampf um die europäischen Plätze sehr, sehr gute Chancen haben wird. Und am Ende packt man es auch mit Platz sechs. Ich habe sie ja vor der Saison auf Platz neun getippt. Nochmal Grüße an die Pöhlers. Die haben übrigens Freiburg in die Champions League getippt. Gucken wir mal, ob das am Ende... Niemals würde ich dich moben, Kaminski, never. ...denn doch noch so aussehen wird. Platz sieben ist bei mir fast genauso wie vor dem Saisonstart. Denn da habe ich mich für die T... Also Freiburg sechs oder fünf. Ich glaube, Hoffenheim wird die noch überholen. Weil die sind ja... Wie viel da ist Hoffenheim jetzt? Siebter? Die haben jetzt mal zwei Spielfeier. Und ich glaube, Hoffenheim wird vor Freiburg landen. Ich glaube, es wird so sein. RB Leipzig, Hoffenheim, Freiburg, Union. Nee. Hoffenheim, RB Leipzig, Freiburg, Union. So glaube ich. ... ist die Hoffenheim entschieden. Zum Saisonstart habe ich sie auf Platz sechs getippt. Weil ich wirklich finde, der Kader ist und bleibt spannend. Er wurde nochmal interessant ergänzt. Sie haben mit Sebastian Hoeneß einen Trainer dem Vertrauen... Ich finde sie auch ein super Trainer, Sebastian Hoeneß. Jetzt nach einem Jahr merkt man erst, wie das so wirkt. Also, ähm... Sebastian Hoeneß ist ein super Trainer. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal zu Hertha zurück. Wäre ja geil. Hat er lange genug bei uns gespielt. ... geschenkt wird, was einfach ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen haben sie einfach diese stetige Weiterentwicklung. Aktuell stehen sie ja auch auf Platz sieben. Waren aber auch schon vor zwei, drei Wochen auf dem Champions-League-Platz. Also ist er aktuell wirklich wahnsinnig eng zwischen Platz zwei. Die haben aber auch einen guten Kader. Der ist gut gemixt. Die haben zum Beispiel so erfahrene Superspieler wie Kramaric. Ja, das ist ein Superspieler. Der wird jetzt sogar da verlängern. Dann haben sie gute Talente mit bei Mitrutter. Dann verpflichten sie junge, dynamische Leute wie einen Raum. Also das ist ein gut ausgeglichener Kader. Ein Baumann, der jetzt kein Übertor hat, ist aber seit Jahren bei denen performt. Das ist echt gut ausgeglichen. Dieser Frohlorian Grilic, der immer aussieht wie so ein... Wird's nicht sagen? Nee, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall will der... Der wechselt wahrscheinlich... Ist das jetzt durch eigentlich, dass der zur Aas Rom wechselt? Nach Italien? Hatte ich gestern gelesen. Und neun könnte man vielleicht sagen. Da ist wirklich extrem viel möglich. Deswegen hoffen wir einmal mir auf Platz sieben. Europäisch würde damit im nächsten Jahr nicht Eintracht Frankfurt spielen. Die schaffen es beim... Ah, die sind ja auch noch da. Aber die Tabelle ist auch so eng, das ist so schwer zu tippen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Union noch abkackt und dass Frankfurt auch noch vor Union landet. Hier nur auf Platz acht. Natürlich ist der Deadline-Day noch nicht rum. Es könnten noch Transfers... Vor allem, jetzt haben sie diesen Kulumuani. Mal gucken, wie der einschlägt. Also ich bin... Oder kommt der erst im Sommer? Kommt der im Sommer? Der kommt bestimmt erst im Sommer, wenn der Ablöse freikommt. Hat das einer auf dem Schirm? Ich glaube auch nicht mehr daran, dass bei der Eintracht genau das passieren wird, was sie für mich bräuchten, um eben besser als Hoffenheim, Freiburg und Union zu sein. Mir fehlt da weiterhin ein Stürmer. Ein Stoßstürmer. Ein großer Stürmer. Was auch immer. Zum Beispiel Jonas... Das wäre ja jetzt Kulumuani. Kommt im Sommer erst. Okay. Na gut, dann... Ja, schwer. Was er gerade sagt, stimmt natürlich absolut. Den fehlt ein richtiger Stürmer. Ansonsten haben sie sich ja ganz gut ergänzt. Und langsam verstehen sie ja auch von Glasener diese Spielidee, wobei die immer noch sehr schwankend in ihren Leistungen sind. Also das gegen Bielefeld hat mich jetzt ziemlich verwundert. Der jetzt nach Wolfsburg geht, der hätte für mich sehr, sehr gut bei Frankhof reingepasst. Ist aber wahrscheinlich auch für die Eintracht nicht zu bezahlen. Bei Wolfsburg ist das wahrscheinlich etwas einfacher. Und gut, damit würden sie hier bei mir Europa... Ich glaube auch nicht, dass Hertha noch Platz acht schaffen kann. Knapp verpassen, zumindest. Man muss ja generell sagen, Platz sieben ist ja auch dann nur europäisch, wenn der Pokalsieger nicht europäisch spielt. Und selbst das ist ja in diesem Jahr durchaus möglich, dass wir da mal wieder erleben, dass der Pokalsieger europäisch spielt. Also hatet mich jetzt dafür, aber wenn ich sagen müsste, was mir lieber ist, ich schwöre euch, und da werden mich jetzt alle außer vielleicht die Hälfte der Hertha-Fans hassen, ich würde lieber, dass RB Leipzig bei uns im Stadion den DFB-Pokal gewinnt, weil das auch einfach sowieso realistischer ist, dass die das noch ein paar Mal machen werden in Zukunft, als dass Union bei uns im Stadion den gewinnt. Sorry. Stand jetzt, außer halt, wenn es in meinem Tipp Leipzig, Union oder Freiburg werden, wenn die natürlich Pokalsieger werden würden, wenn man mal nach meiner Pognose geht, dann wäre Platz sieben europäisch. Und kurz nochmal darauf einzugehen, damit wäre Frankfurt nicht weit weg, aber sie würden Europa knapp. Das ist auch nicht, weil jetzt manche immer sagen, ja, wieso gönnst du denen nicht, die machen gute Arbeit. Die machen alles richtig. Ich würde am liebsten, dass mein Verein alles so macht wie die, auch diese Underdog-Taktik anwendet und so einen Scheiß. Ich würde am liebsten, dass die alles so machen wie die. Aber ich ertrage es einfach nicht, wenn Union in unserem Stadion, am besten wirklich noch in unserer Kurve, den DFB-Pokal wendet. Das kann ich einfach nicht ertragen. Matho Valley, danke für 100 Bits da drauf. Ein Toast auf dich, mein Lieber. Mal passen. Kommen wir nun mal zum gesicherten Mittelfeld. Und da habe ich mich auf Platz 9 für den 1. FC Köln entschieden. Und auch da... Ich glaube, 9 wäre dann Mainz. Also ich schätze Mainz auf Strecke dann doch stärker ein als Köln. Also Köln ab und an wirklich ganz gut, aber die sind halt fußballerisch wirklich limitiert. Die haben auch einen schlechteren Kader als Mainz. Bei Mainz sieht man jetzt mittlerweile auch, dass irgendwann man an den... Die haben wirklich immer am oberen Limit die ganze Zeit gespielt. Aber Mainz hat halt noch so einen Spieler wie Johnny Burkhardt. Modest, klar, funktioniert jetzt wieder, aber der ist auch 33. Der wird auch nicht mehr besser. Von daher glaube ich, dass Köln auf jeden Fall hinter Mainz landet. Und vielleicht könnte ich mir noch... Ich weiß es nicht, was in Gladbach noch passiert. Da kann alles passieren. Könnte sein, dass die absteigen. Kann aber auch sein, dass Hütter noch die Kurve kriegt. Wird sehr, sehr viel davon abhängen, wie die jetzt gegen Bielefeld spielen. Muss ich meine Meinung des Sommers revidieren. Damals, ihr seht es ja, auf Platz 15. Und da war meine klare Aussage, Platz 15, 16, 17, 18. Bei denen... Hätte ich auch gesagt bei Köln. Weil die ja einfach vom Kader her, genau den gleichen Kader hatten wie im Vorjahr. Man wusste ja nicht, dass Modest auf einmal eskaliert. Und die haben sogar noch den Abwehrchef Bonneau abgegeben. Ich glaube, kein Mensch hätte gedacht, dass die so stabil werden, nur wegen des Trainers. Vier Teams bin ich mir sicher, dass diese vier, die letzten vier unter sich ausmachen werden. Sorry an alle Kölner. Ich freue mich trotzdem darüber, dass eben Köln überzeugt. Obwohl ich mit meiner Prognose damit relativ weit daneben gelegen habe. Ist aber auch vollkommen okay. Und deswegen revidiere ich sie nun und setze Köln... Äh, Utze, mein Lieber, danke für 100 Bits. Danke für die Worte. Union ist auch Berlin, aber ich bin härter. So ist es. Platz 9. Ich glaube nicht, dass es für Europa reicht. Ich glaube aber auch selber, dass die Kölner wissen und es auch schätzen, was sie aktuell für eine wirklich gute Saison spielen. Damit auch am Ende zufrieden sein würden. Einen einstelligen Tabellenplatz sogar zu haben. Ich glaube, das wäre sogar, hätte man vor der Saison einige Kölner gefragt, eine Top-Platte. Ja, Stakers, das bringt es ganz gut auf den Punkt. ...Sierung. Kommen wir zu Platz 10. Und der bleibt so, wie er auch aktuell ist, mit dem ersten FSV Mainz 05. Ich glaube nicht, dass sie im Kampf in Europa eine wirklich große Rolle spielen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie unten reinrutschen werden. Es wird eine relativ ruhige, vielleicht für neutrale Beobachter wie mich, uninteressante Rückrunde gehen bei den Mainzern. Aber es gibt Platz 10 und ich glaube, da ist man... Ja, Schalke-Fans sind natürlich, nochmal ein kleiner Seitenhieb, sind natürlich neutrale Beobachter diese Saison in der Bundesliga. Wobei, die sind wahrscheinlich immer automatisch gegen Dortmund. Aber ich sollte meinen Maul nicht so weit aufreißen, dass es uns genauso ergeht. Auch nach der letzten Rückrunde, wenn man nochmal zurückdenkt, mehr als zufrieden mit. Vor der Saison habe ich sie als Elfter getippt, nun als Zehnter. Das kann man ja durchaus mal so machen. Und nun kommen wir zu Platz 11 und ab da ist für mich auch Abstiegskampf. Zumindest auch Stand jetzt, wenn man auf die reale Tabelle guckt. VfL Bochum, aktuell Elfter, ja, alles schön und gut. Aber Relegation, direkter Abstiegsplatz ist alles nicht weit weg. Und deswegen kommen wir nun und deswegen habe ich es auch bewusst so gemacht, erst die oberen Plätze zu tippen zu den Rängen, wo es richtig spannend wird. Und auf Platz 11 habe ich mich für einen Verein entschieden, den ich im letzten Sommer deutlich höher angesiedelt hatte. Sogar in der Champions League gesehen hätte, je nach... Hertha BSC. Spaß, er wird jetzt Gladbach sagen. Ob ich meine Tipps auch nochmal gerne... Sir Nibo, grüß dich. Hab, hätte, äh, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Borussia, Mönchchen, Gladbach. Ich habe sie auf Platz 5 gesetzt, habe ich vorhin schon mal angerissen. Wie gesagt, Wegweiser-Spiel. Wenn die die nächsten zwei Spiele verkacken und die Hütter entlassen müssen, dann sind die wirklich am Arsch. Dann haben die keinen Sportdirektor mehr und keinen Trainer und keine Mannschaft, die Abstiegskampf kann. Also die wollen alle Champions League spielen, wollen ja jetzt schon weg, Plea, Thüram und Co. Und dann spielen die gegen den Abschied. Zakaria weg, Ginter kein Bock mehr, keine Ahnung. Also, wenn die die nächsten zwei Spiele verlieren und den Trainer entlassen, dann ist es vorbei mit Gladbach. Dann sind die ultra im Abstiegskampf. Dass sie auch theoretisch auf Platz 4 picken können oder auch auf Platz 6 oder 7. Aber dass sie so schlecht sind wie aktuell, das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Aktuell, nach dem 20. Spieltag, ist es ja Tabellenplatz 12. Das klingt erstmal nicht... Ähm, naja, für Zakaria sollen sie ja noch 7 Millionen bekommen haben. ...so katastrophal, wie es vielleicht noch vor 2-3 Wochen schien, aber... ...ich gedacht, dass es so... Richtig gespoilert, Alter, ich schwöre... ...schlecht läuft... Ich hab's aber selber nicht gesehen, außer dass Hertha irgendwie 14 ist oder so. ...dein Kohfeldt hat nun seinen Wunschspieler Max Guse bekommen mit Jonas Wind, einem neuen Stürmer, Wout Wehorst, nochmal abgegeben. Also der Kader hat sich nochmal etwas verändert. Es gibt auch viele Verletzte. Generell gibt's aber auch, finde ich, ein sehr, sehr... Ich hab immer selbst gespoilert. Timeoutet mich doch selbst. Komm, timeoutet mich. Timeoutet mich. ...oder sehr, sehr viele Spieler, die man hat. Deswegen bin ich echt gespannt, was bei Wolfsburg in der Rückrunde passiert. Genau, Timeout. ...wird, Florian Kofel hat vor Weihnachten angekündigt, man wird im neuen Jahr einen ganz anderen VfL sehen. Ja, den hat man gesehen, denn es war eigentlich noch schlechter als im letzten Jahr. Aber gut, mal gucken, wie es in den nächsten Wochen... Ey, ich bin so gespannt. Ich würde so feiern, wenn Wolfsburg einfach wirklich gegen Greuther Fürth verliert. Ich würde so feiern, wenn die wirklich gegen Greuther Fürth verlieren und Kohfeldt einfach aus 30 Punkten 2 geholt hätte. Das würde ich zu krass fühlen. Vor allem, weil jetzt Weghorst auch noch weg ist. Stakers, danke für 100. Timeout, Bits. Einen Toast auf dich, du geile Sau. ...der geht. Ich glaube nicht daran, dass sie mit dieser Kaderqualität, auch mit diesen neuen Spielern, wirklich im Abstiegskampf mittendrin... Naja, mit dieser Kaderqualität, aber dieser Trainerqualität vielleicht. ...werden deswegen am Ende auch Zwölfter werden. Was aber natürlich trotzdem, und das gilt auch für Gladbach, keine zufriedenschnelle Platzierung ist. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Und jetzt kommen wir zu den Rängen, die wirklich bis zum letzten oder vorletzten Spieltag mittendrin sein werden im Kampf um den Klassenhalt. Auf Platz 13, wie es auch aktuell der Fall ist, habe ich mich für Hertha BSC entschieden. Und obwohl ich... Das ist doch ganz nett von ihm, oder? ...ein großer Hertha-Fan bin, habe ich sie... Was? ...vor der Saison etwas positiver gesehen. Da habe ich sie als Zehntag getippt. Da habe ich gesagt, Ja, der Bobic mit seinen zumindest Mentalitätstransfers, wie man sie vielleicht nennen kann, wird es zumindest... Seit wann haben denn Schalke-Fans was gegen uns? Das ist doch eigentlich immer nur eine Einbahnstraße, oder? ...schaffen mit, habe ich auch noch gesagt, Paldadai zusammen das ganze Ding erstmal zu stabilisieren. Nicht mehr, nicht weniger. Gut, Paldadai ist Geschichte. Taifung Korkut finde ich aber auch immer noch besser, als viele andere ihn finden. Und ich glaube, dass er Hertha zumindest bis zum Saisonende betreuen wird und dann die Klasse auch halten kann. Ja, natürlich können sie auch gerne weiter unten reinrutschen, weil die Teams, die gleich noch kommen, finde ich eigentlich... Sag mal, was ist denn das hier eigentlich? Zeig deine Unterstützung mit Super-Fans. Ist das wie bei Twitch, oder was? Kann man hier Geld schicken? Krass. ...allesamt sympathisch als Hertha-PSC, North Front gegen alle Hertha-Fans, die hier mit dabei sind. Aber ich glaube... Hast dich nochmal gerettet, mein Lieber. Nein, aber ist ja alles gut. Es gibt ja auch Vereine, die ich nicht mag und trotzdem gucken mich die Fans. Ich mag auch kein HSV. ... daran, dass Hertha auch da noch einmal durch die Transfers, zum Beispiel Marc-Oliver Kempf, dann noch hinten mit Niklas Stark zusammen, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Neuer Flügelspieler ist gekommen. All sowas im Gesamtpaket wirkt schon durchaus schlüssig, meiner Meinung nach. Deswegen wird auch Hertha in diesem Jahr nicht... Ist ja schon mal nett, dass er sagt, dass wir nicht absteigen. ...absteigen. Nicht absteigen wird auch, wie in den letzten Jahren, nicht der FC Augsburg. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, also Augsburg könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die abstellen. Die haben eigentlich gute Verpflichtungen gemacht. Ja, also jetzt hier diesen Pepi natürlich sehr teuer, aber Dorsch und Meier ist für die schon ganz okay. Oxford auch ein ganz guter Verteidiger, aber ich weiß nicht, irgendwie spielen die nicht gut unter Weinzierl. Wir sind da. Augsburg könnte ich mir auch Platz 16 gut vorstellen. Werden sie bei mir. Letztes Jahr haben sie sich ja kurz vor Schluss... VfB finde ich vom Kader und vom Trainer eigentlich besser, als sie dastehen. Also ich glaube, VfB wird Platz 14 oder 13 machen, weil jetzt auch Kalajdzic wieder da ist, weil Silas, Vamangituka wieder da sind. Finde ich eigentlich besser als der Platz, den sie gerade in der Tabelle haben. Auch Sosa, ein geiler Kicker. Ich finde auch diesen Koulibaly gar nicht so schlecht, auch wenn er jetzt nicht so ein Knipser ist. ...retten können, deswegen oder auch deswegen habe ich vor der Saison den FC Augsburg auf Platz 12 getippt. Zwar nicht überragend gut, aber ich hätte schon gedacht, dass sie eine etwas souveränere Saison spielen, als sie es nun tun. Deswegen gehe ich mit meinem Tipp zwei Plätze runter, aber der FCA würde auch, stand jetzt, dann zwei Plätze hochklettern. Weg von Tabellenplatz 16 aktuell noch... Das ist auch so eng, da kannst du ja mit einer Siegeserie von zwei Siegen und einem Unentschieden kannst du ja direkt drei, vier Plätze gut machen. Das ist ja auch das Ding. ...punkte hin zu Tabellenplatz 14. Mal wieder die Klasse halten. Ich habe bis zu dieser Saison Augsburg eigentlich immer als Absteiger getippt im Bundesliga-Check, deswegen habe ich mich dieses Jahr mal etwas davon gelöst. Dann steigen sie dieses Jahr ab. ...wärts auch weiterhin so tun. Ich glaube daran, dass ich Augsburg mal wieder mit Markus Weinzierl kurz vor... Ich weiß es irgendwie nicht. Also irgendwie finde ich den Fußball nicht so berauschend. ...fluss retten kann. Und retten kann sich auch Arminia Bielefeld. Bei denen bin ich mir sicher, die halten auch dieses Jahr wieder die Klasse. Auch wenn es wieder sehr, sehr eng wird. Also der Abstiegskampf ist wirklich sehr, sehr interessant dieses Jahr. Da kann alles passieren. Die letzten Spiele. Viele Siege geholt, viele Punkte gesammelt. Einen extremen Schritt. Ich glaube auch, dass Bochum besser ist als Augsburg, denke ich auch. Ich denke sogar am Ende... Also Bielefeld hat jetzt ansteigende Formen. Wird jetzt entscheidend sein, ob die das gegen Gladbach bestätigen können. Aber Bochum ist ziemlich gut mit dem Trainer, muss ich sagen. ...gemacht. Vor Weihnachten wirkt es ja noch so, dass Bielefeld als Tabellen-17er damals noch nahezu abgeschlagen ist. Ja, waren sie auch. Aber jetzt sind sie... Bielefeld hat, glaube ich, jetzt gerade ein Hoch. Aber das Hoch sollten sie lieber am Ende der Saison haben. Und da werden sie es, glaube ich, nicht haben. Einfach mal 14. Da haben Augsburg, Wolfsburg und Stuckart in der Sicht gelassen. Aber vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt. Ich habe auch letztes Jahr gedacht, dass Bielefeld absteigt, nachdem sie Uwe Neuhaus entlassen haben. Anscheinend haben sie ja alles richtig gemacht. Wahnsinn-Serie gehabt. Auch gegen Frankfurt vor dieser kleinen Länderspiel-Pause noch mal wichtige drei Punkte am Freitagabend geholt. Also aktuell läuft es bei der Arminia. So kann man das auf jeden Fall sagen. Deswegen glaube ich wirklich, dass sie diesen Schwung und auch die spielerischen Elemente, Bielefeld spielt einfach auch guten Fußball, mitnehmen kann, um sich in der Rückgründung noch mal mehr zu stabilisieren. Man ist aber bis zum Schluss unten mit dabei und landet auf der Bällenplatz 15. Auf der Bällenplatz 16 kommen wir vielleicht zu einem Team, was viele aktuell woanders sehen. Ich sehe sie aber auch weit in dem Abstiegskampf und auch da gehe ich wie bei Bielefeld im Vergleich zum Sommer einen Platz nach oben. Das ist nämlich, und da haben wir die falsche Richtung, jetzt haben wir es, der VfL aus Bochum. Nee, glaube ich nicht. Ja, Bochum hat super 20 Spieltage gespielt. Sie haben starke 24 Punkte nach 20 Spieltagen. Es ist da... Also so wie Ertipp wäre der Große, der runtergeht VfB Stuttgart, aber glaube ich nicht. Wobei Stuttgart auch erst ein Jahr wieder in der Bundesliga ist, aber früher waren sie zumindest mal groß. Das ist auch gar nicht so lange her, dass Armin Fehm mit denen mal die deutsche Meisterschaft geholt hat. Platz 11. Alles wunderbar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Tabellplatz 16. Ist Schalke gegen Bochum eigentlich ein Derby? Hassen die sich? Oder wie ist das da? 17. Sind halt jeweils so 5, 6 Punkte entfernt. Hast du ein, zwei schlechte Spiele, dann bist du mittendrin im Abstiegskampf. Und der VfL Bochum weiß auch, glaube ich, das selber. Ich weiß, einige Fans sind schon wieder extrem euphorisch. Der VfL Bochum ist im sicheren Mittelfeld. Ne, es wird die Relegation und da wird es dann richtig hart, denn aus der 2. Liga sind ja St. Pauli, Darmstadt, Bremen, Hamburg, Schalke, alles Anwärter. Ich glaube auch, dass Stuttgart einen zu guten Kader hat, um abzustärken und auch einen zu guten Trainer. Ich finde diesen Materazzo eigentlich ist ein guter Trainer. Tabellenplatz 3 und ich glaube, das wäre schon eine extrem interessante, enge Relegation im Vergleich zu den Vorjahren und deswegen muss Bochum extrem aufpassen. Platz 17 und Platz 18 kann man sich ja jetzt so ein bisschen zusammensuchen, wenn man aufgepasst hat. Deswegen habe ich die auch zusammen jetzt hier und das trifft den VfB Stuttgart und Greuther Fürth. Ich glaube, über Fürth muss man nicht allzu viel reden, wobei eigentlich doch, weil die Fürther haben zwar gerade mal 10 Punkte, die letzten Spiele aber nicht verloren, wichtige Punkte geholt und sie sind immer noch 9 Punkte weg vom Relegationsplatz. Aber stellen wir uns nur mal vor, Fürth gewinnt die nächsten 2 Spiele einfach nur. Dann wären wir ja gerade auch am 22. Spieltag und Augsburg und Stuttgart. Naja, wenn die absteigen, Stuttgart, dann werden viele interessante Spieler frei. Silas, Karlajcic, wobei Karlajcic wahrscheinlich zu einem internationalen Topklub geht. Da war ja schon vor seiner Verletzung AC Milan dran zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass Stuttgart absteigt und dass ein Sosa zu uns geht, ist glaube ich auch relativ unrealistisch. Zumal wir ja auf der linken Seite jetzt gerade erst Björkern geholt haben. Das würde ja gar keinen Sinn machen. verlieren. Dann wären sie einmal mal drei Punkte weg vom Platz 16. Deswegen, ich würde Fürth immer noch nicht abschreiben. Trotzdem glaube ich, dass sie am Ende 18. werden. Und 17. Ja, liebe Stuttgarter, ich weiß, es gucken einige hier zu, ich habe einige Stuttgart-Fans, es tut mir leid, aber ich tippe aktuell den VfB Stuttgart auf Rang 17. Vor der Saison habe ich Platz 13 gesagt, auch da haben schon viele gesagt, was, so schlecht schätzt du die? Na, Mamouche ist ja eigentlich von Wolfsburg. Ich glaube, die haben, ich weiß nicht, Stuttgart hat eine Kaufoption, aber der ist ja eigentlich von Wolfsburg ausgeliehen. Ja, weil es dieses verflixte zweite Jahr ist, weil der Kader immer noch extrem jung ist, auch wenn sie im letzten Sommer ein paar Spieler verloren haben, wobei das noch gar nicht mal so schlimm war. In der Hinrunde gab es viele Verletzte und ich habe das Gefühl, es wurde sich etwas zu sehr auf diesem Argument, ausgerutscht ist das falsche Wort, aber es wird immer wieder gesagt, ja, wenn denn, der und der wieder mit dabei ist. Silas ist wieder mit dabei, Kalajic ist wieder mit dabei, alle noch lange nicht in Topform, was Spielfitness und Spielpraxis angeht, aber sie sind eben wieder mit dabei und trotzdem läuft im VfB aktuell extrem wenig zusammen, meiner Meinung nach und auch die Transfers im Winter waren wieder eher in diesem... Sosa hat auch auf rechts gespielt, das wäre natürlich richtig geil, wenn Sosa zu Hertha kommt. Genau so einen Rechtsverteidiger bräuchten wir, wenn er es kann, aber er ist halt Linksfuß, aber vor allem, weil er auch Standard schießen kann, das wäre einfach nur ein Traum. Philosophie, die man einfach hat und die ist ja auch in Ordnung, junge Spieler holen, junge Spieler entwickeln, junge Spieler verkaufen, aber ob man damit die Klasse hält, ich weiß es nicht und ich schätze es wirklich sehr, sehr schwierig ein, ich glaube am Ende der Saison wir wirklich zwischen Augsburg, Bielefeld, Bochum, Stuttgart ein, zwei Pünktchen, wenn überhaupt, es wird ein Krimi bis zum letzten Spieltag und führt, wird es dann ebenso treffen, sprich, Deutscher Meister in diesem Jahr wird mal wieder der FC Bayern München, in den Champions League, ziehen Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig ein, ich tippe einfach mal aufgrund eines Pokalsieges von Leipzig, Union oder Freiburg, dass Union und Freiburg Europa League spielen, Hoffenheim, damit kommen wir ins League. Im sicheren Mittelfeld, wo es nach oben vielleicht mal gehen könnte, aber auch nach unten, aber dann Frankfurt, Köln, Mainz, Gladbach und Wolfsburg und den Abstiegskampf bestreiten, bis zum Ende, Hertha, Augsburg, Bielefeld, die sich aber retten können, für den VfL Bochum geht es in die Relegation und Stuttgart und Fürth verabschieden sich in die zweite Bundesliga. Und jetzt natürlich noch mal kurz zu meinem Tipp zum Saisonstart, zu dem stehe ich immer noch, aber es haben mich eben viele gefragt, ob ich vielleicht mal meine neue Prognose abgehen könnte, wie ich Stand jetzt tippen würde und auch da gilt natürlich, nächste Woche könnte meine Tipp-Tabelle für die Rückrunde schon wieder anders aussehen. Aber ich denke mal trotzdem, mal interessant, was ich jetzt vielleicht zu ein paar Vereinen sage, ich denke mal, man kann sich schon so drei, vier Teams rauspicken, die ich komplett falsch eingeschätzt habe, Stand jetzt, Gladbach-Wolfsburg, die ich deutlich höher gesehen habe, Union oder Köln, die ich deutlich schlechter gesehen habe und deswegen bin ich echt gespannt, wie nah ich mit diesem Tipp dran bin und dann gucken wir mal, was bis zum Saisonende so passieren wird. Eure Meinung zur Bundesliga-Rückrundenprognose? Ja, auf jeden Fall krass. Habt ihr gerade gesehen, ein paar, es hat kaum einer getippt, dass Hertha absteigt. Ich glaube, einer hat getippt da drunter, dass Hertha in der Relegation absteigt, aber sonst hat es keiner getippt.